Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. In der letzten Folge, ja, eigentlich ganz gut gelaufen, aber irgendwie dann doch nicht. Weil am Ende hat uns dann was gefehlt, was wir eigentlich töten wollten. Naja, geil. Wir haben jetzt noch einen Punkt, da wir letzte Folge auch aufgestiegen sind, einen Rang. Und da überlegen wir uns mal, was wir machen. Wir könnten mit 80%iger Wahrscheinlichkeit Schilde durchbrechen. Nein, nächstes Level 100%. Also wir schießen die Gegner einfach ab. Oder wir machen die Magazinkapazität höher. Ist die Kapazität höher, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Erfahrungsbonus. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen sollten. Ich hab gerade überlegt. Das eigentlich nicht, das ist mir eigentlich scheißegal. Entweder Waffenschaden, dass wir wirklich jeden Schild durchbrechen. Oder Magazinkapazität. Ah ne, ist nur von Sniper Rifles. Ne, dann machen wir Erfahrungsbonus. So, und diese Folge machen wir Northridge und Overlock Station. Das heißt einfach, wir müssen Funktöme aktivieren. Und da vorne war eine Autostation auf jeden Fall. Wenn ich mich jetzt mit Toter irre. Habe ich überhaupt richtig? Ja, tue ich. Dann holen wir uns dann nämlich ein neues Auto und dann fahren wir da rüber, weil das noch ein Stückchen ist. Und dann machen wir das. Funktionieren wir natürlich immer wieder mal gerne mit. Ähm, ja, wenn ihr die in den letzten Folgen nicht gesehen habt, schaut es euch an. Waren ganz cool. Fahrzeug generieren. Das war auch letzte Folge da vorne, irgendwo. Liegt auch noch mein Autowrack. Da bin ich da einfach von hinten, von irgendeinem Viech, so hart getroffen worden, dass mein Auto explodiert ist. Weiß aber immer noch nicht, warum. Was ist das? Tannis Tagebuch eintragt. Ähm, ja, ich habe es aufgenommen, aber anscheinend habe ich die Mission noch nicht oder so. Deswegen packt das ein bisschen rum. Naja, okay. Wir merken, da liegt noch ein Tagebuch eintragt. Wo muss ich ihn langfahren? Rechts rum, immer weiter hoch. Rechts rum. Und hier dann links, immer weiter hoch. Machen wir natürlich. Ich muss sagen, der Boost hält ganz schön lange. Der war doch mal kürzer, oder? Will ich mir jetzt gerade ein. Hier fahren wir mal durch unser Lager durch. Ich glaube, ich muss mal lang, oder? Ja. Immer weiter, 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 immer weiter, weiter, weiter. Achso, ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß auch, dass wir von... Ach, hier, der hochmessen war. Das wusste ich natürlich auch. Der ist sogar ein Schläger, der hier ist, ist born. Das war sogar mehrere. Ich fahr irgendwie kurz über, bringt, bringt immer ein paar XP. Oder keine. Na egal. Hier müssen wir hoch, wir müssen aktiv... die Funkstation aktivieren. Ich wette, hier passen wir nicht durch. Doch, rein theoretisch, würden wir hier durchpassen. Aber nein, das Spiel will nicht, dass wir da durchpassen. Und deswegen... aktivieren wir hier jetzt... zwei Funkstationen. Aber wo sind die da oben? Auf jeden Fall hier vorne. Wow. Geht der noch? Geht's nicht mehr. Ich hab ich gehört. Oder irgendwie noch nicht gesehen gehabt. Eine Funkstation schon mal aktiviert. Mitnehmen. Mitnehmen. Oder auch nicht. Mitnehmen. So. Äh, suchen wir die... Oh, soll ich denn jetzt hin? Das war so klar. Das war so klar. Das war... Ah. Und jetzt hier... Miniaturschütze. Tod. Killerbandit. Auch tot. Alter, du bist tot. Jetzt hast du es selber gemerkt. Wenn du nach Staub verzerfallen bist. Miniaturschütze. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Ist leider wirklich so. Aber naja. Ändern kann man es nicht. Ändern kann man es nicht. Und jetzt habe ich einen Ohrwurm von... Deine Schuld. Also ist... Deine Schuld von... Was? Was kann ich hier benutzen? Ah, ist Backbom. Äh... Jetzt habe ich deine... Ohrwurm von... Deine Schuld von den Ärzten. Ist nicht deine Schuld. Was die Welt ist, wie sie ist. Das wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und so weiter. Wer es nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal reinhören. Ärzte generell. Hammergeil. Oder Rock. Oder Punk. Generell. Hammergeil. Musikrichtung. Aber... Jedem das... Äh... Jedem das, was... Ihm gefällt. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Also den Weg, den ich eben hergekommen bin, wieder zurückfahren. Okay. Das ist typisch Borderlands irgendwie. Na okay, eigentlich nicht so. Wie weit muss man meistens nie fahren. Aber meistens ist man dann schon an der Stelle, wo man als zweites hin muss. Aber weiß es nicht. Weil ja eben nur der eine davon markiert ist immer. So. Also wie sind wir überhaupt hergekommen? Hier glaube ich, ne? Ja. Ja, doch. Das sieht mir bekannt aus. Schum. Ne, die Missionen, die ich hier meistens dann mache in den Videos, sind ja keine wirklich großen, sag ich mal. Also die... Äh... Funktoren aktivieren. Ja. Kann man mal machen. Das Beste ist es jetzt nicht. Vielleicht finden wir ja auch noch diese Folge, diesen... Hab den Namen vergessen. Verkackt. In jeden Fall aus der letzten Folge, da hab ich den nicht ganz getötet. Ich muss mal sogar... Wartet. Wartet. Äh... Ah ne, doch nicht. Helop. Ja, der Helop war das, aber der ist neulichens markiert, das ist das Problem. Aber vielleicht finden wir ihn hier im Gang oder so, weiß ich nicht. Wir sind jetzt da, vom Station. Die eine soll hier oben sein, da war ich noch nicht. Lass uns einfach mal schauen. So, da kann man was überfahren. Oh, Mini... Alter, so jetzt im Vergleich sind die Spider-Handlings sowas von klein. Das Mini-Spider-Handlings, die sind wirklich sauklein. Oh, tot. Wollt's mir näher angucken. Die Läden haben neues Inventar. Schön für die Läden. Ich kauf mir eh fast keine Waffen. Ich nur weiß nicht, die ich finde. Ah, Nase juckt. Kurz kratzen und einen Schluck trinken. Ah, lecker. Ähm... Muni. Muni, die voll ist. Und... Da ist ein Gegner. Jetzt nicht mehr. Da ist ein Schläger-Gegner. Ein Gegner ist ein Schläger. Man kann uns Pistolen kennenlernen. Das ist die einzige Pistole, die ich wirklich mal längere Zeit spiele. Sonst haben wir nie Pistolen gespielt, weil Pistolen scheiße sind. Also, finde ich... Revolver gehen ja noch auf. Pistolen? Was willst du denn nicht? Äh... Da kannst du auch einfach mit dem MG oder so spielen. Zack. Oh, ich hab fast keinen Muni mehr. Ah, jetzt hab ich wieder Muni. Pam, pam, pam. So. Ich hab hier jetzt irgendwas anderes... Ah, eine Waffenkiste. Zack. Ich finde nämlich im Borderlands, man muss sich keine Waffen kaufen. Man findet die meisten, die hammergeil sind, in den Dingens, in den Waffenkisten immer. Oder auch manche Gegner, das machen immer gerne Waffenkloppen. Pam, 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 pam. Wenn man sich das anguckt, die Pistole, die hab ich jetzt... Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, äh, dieses... Manditenlager, den ist einfach mal so am Strand... Nicht am Strand. Äh, mit... Ah, wie heißt es denn jetzt? Mit, mit, mit... Mit Steg, mit Wasser und so da direkt dran. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Aber auf jeden Fall hab ich da die Pistole gefunden. Das ist nur... Orange oder Lila? Äh, Orange. Und Orange sind die, ähm... Nicht wertvollsten, sondern die seltensten Waffen. Und da muss ich sagen, ich hab sie einfach gefunden. Es sind zwar immer random Waffen, die hier kommen bei Borderlands, aber trotzdem. Hammer, geil. Oh, Money. Äh, und Geld. Sehr viel Geld. Und noch eine Waffenkiste. Äh, Waffenkiste. Ich war grad irgendwie... Funkstation aktiviert. Und da war ich grad irgendwie bei Far Cry, dass dann jetzt dieser... Äh, also bei Far Cry 3... What the fuck? Das sieht geil aus. Oh, naja. War ich grad bei Far Cry 3 so im Gedanken, wo das dann ist, dass da, ähm... So rumgeschwungen wird. What the... Ah, Geld. Hm. Das dann, äh, dieser Rundflug ist. Wird dann, äh, die wichtigsten Sachen in der Umgebung gezeigt. Wer Far Cry 3 nicht gespielt hat, du solltest unbedingt nachholen. Sehr gutes Spiel. Aha. Wird jetzt auch ein Strahl raus? Nö. Okay, dann nicht. Zack, zack, zack. So. Dann mal schauen, was können wir denn... Achso, zurückbringen könnten wir die. Ne, das will ich ja gerade noch nicht. Ähm, das geheime Treffen könnten wir jetzt noch machen. Und den Helop, da weiß ich nicht genau, wo er ist. Schreibt's in den Kommentaren, wenn ihr's wisst. Bitte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Old Haven müssen wir auch noch hin. Aber... Ich würd sagen, wir machen erstmal das. Und, ja. Äh, jetzt die Hauptquest, glaub ich, ne? Will ich die jetzt schon machen, ist die Frage. Oder will ich die jetzt noch nicht machen? Ne, ist ja hier direkt. Da können wir das auch direkt machen, würd ich sagen. Wie spät ist es? 48. Ähm... Ich weiß gar nicht, brauche ich noch eine Folge, da brauche ich keine mehr. Ich habe bis jetzt, glaub ich, drei oder vier. Weiß ich nicht, ne? Warte, ne, ich muss da lang. Ähm... Hier rein. Tot. Tot. Also, es ist zu easy. Tot. Spy, der Endling, tot. Spy, der Endling, tot. Ich, Scooter, ich höre jetzt aber nicht auf dich. Willst du nochmal hier Sache verkaufen? Dann passt das. Die kann weg. Yep. Die will ich behalten. Ähm... Ich weiß nicht mehr. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Auf jeden Fall bringen wir Geld, mit uns noch eine Menge. Und... Äh, das Ding war ich behalten. Das Ding schießt nämlich auch Raketen. Das ist hammergeil. Static Matador kommt dafür weg. So. So, da zeigten wir die 45.000 von letzter Folge, wo wir verkackt haben, die da drin haben, denke ich mal. Da liegt ne Waffe. So. Und... Äh, Dingens. Wow. Wapp, 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 wapp. Die können doch eh nicht so schussbar werden. Okay, irgendwie hab ich da gerade scheiße geschossen. Trotzdem können die nichts. Oh, Geld. So. Nochmal die Scheißsachen verkaufen, die wir gerade geholt haben. Das sind wirklich Scheißsachen. Wenn sich das anguckt und das, dann weg. So, aber... Ja, das war's dann für diese Folge. In der nächsten gehen wir zu Taylor Cop. Und... Vielleicht auch... Dingens töten. Ich hab' den Namen vergessen. Scheiße. Wie heißt das Viech? Nein, nicht dahin, dahin, Leute. Das Viech heißt Hello. Aber ich denke eher weniger. Und dann... Bis dann, Leute. Ciao. Ich hoffe, euch gefällt's. Tüdüdüdüdü. Bis dann. Tschüss.